Jibril kam zu Iblis, Jibril a.s. kam zu Iblis, la'natullahi a.s. Und seine Hand war in der Hand eines Götzendieners. Das heißt von Schaitan, die Hand war in der Hand von einem Götzendiener. So riss er seine Hand an sich und flüchtete mit seiner Gruppe. Wer ist Schaitan? So sagte der Mann, der mit Schaitan zusammen war, oh Saraka, weil er dachte, er wäre Saraka. Du behauptest, du bist uns ein Helfer? Schaut, was die Antwort von Schaitan war. Er sagte Schaitan zu ihm, ich habe nichts mit euch zu tun. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah und Allah ist streng im Strafen. Und dies sagte er, als er die Engel sah. Denn Allah a.s. schickte eine ganze Horde von Engeln. Subhanallah.